Hallo ihr Lieben, ich bin beim Fungolf in Bofenden. Ich bin hungrig und hole mir jetzt mein Mittagessen ab. Die Anlage ist geschlossen, aber man kann Essen abholen zu bestimmten Ausgabezeiten. Und ich rieche schon was und da ist sie auch schon, Juliane, die Chefin. Juliane, ist das mein Essen? Das ist dein Essen, das ist deine Berliner Riefer. Das ist dein Matjes und mit den Kartoffelecken dazu, wie du dir das bestellt hast. Sehr schön. Mit einem Süppchen obendrauf. Oh. Und jetzt kann ich dir anbieten, unsere tolle Bonuskarte. Aha, was hat das damit auf sich? Pro Warenwert von 10 Euro, kriegst du hier einen Stempel drauf. Ja. Und wenn du die 12 Stempel voll hast, hast du automatisch einen Gutschein, zwei Spielen zum Preis von einem. Yeah. Für drinnen oder draußen, wenn Corona mehr vorbei ist. Also das kann ich dir nur empfehlen. Möchtest du die mitnehmen? Oh, aber gerne. Dann mache ich dir da mal Stempel drauf. Oh, ich bekomme so viele Stempel, wie schön. Na klar, pro 10 Euro Einkaufswert. Vielen Dank. Bitte sehr, dann lass es dir schmecken und hab einen schönen Tag und grüß deine Familie. Das mache ich du auch, danke. Pfannengolf in Boven, denn. Ich glaube, das ist das, ich bin so gut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020